Inzwischen gibt es eine technische Weiterentwicklung, den Flirt 3. Er erfüllt die neuen Crash-Normen und die internationalen Normen an die Behindertenfreundlichkeit. Bei DB Regio Nordrhein-Westfalen sind Flirt 3 auf der RB42 zwischen Mönchengladbach und Münster unterwegs. Die vierteiligen Züge sind in die Baureihe 1428 eingeordnet. Einfahrt in Münster. Seit Ende 2014 fährt der Südwest-Express, kurz Süwex, mit Flirt 3-Zügen. Der Zweckverband SPNV Nordrheinland-Pfalz setzt auf mehreren RE-Linien den Zug ein. DB Regio Mitte hat mit den Flirt 3-Zügen einen Sprung nach vorne gemacht. Zum einen unterscheidet er sich in der Lackierung vom Einheitsrot, zum anderen liegt die Ausstattung deutlich über anderen DB Regio Zügen. 270 Sitzplätze stehen in den Fünfwagenzügen zur Verfügung. Eine Besonderheit ist die Kupplungsmöglichkeit mit den Kistzügen der Luxemburgischen Bahn zwischen Kubelns und Trier. Die Fahrgasträume sind funktionell gestaltet und bieten den Fahrgästen viel Platz. Natürlich ist der Zug auch durchgehend begehbar. Die Fahrgasträume ist der Zug, der aus dem Schiff, der in der Norddeutschland stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch am Rhein ist der Süwex unterwegs. Die RE2 fährt zwischen Koblenz und Frankfurt am Main. Halt in Boppard. Die Flott-Dreizüge der DB sind für 160 kmh zugelassen. Am Rhein aber wird deutlich langsamer gefahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017